Der Transfer von Kylian Mbappé, oder der Nicht-Transfer von Kylian Mbappé, besser gesagt, der sorgt aktuell für riesige Schlagzeiten. Die ganze Fußballwelt diskutiert nur noch über dieses Thema. Und jetzt gibt es die nächste News von PSG. Und zwar laut einem französischen Journalisten soll es so sein, dass jetzt Leonardo, der Sportdirektor, gehen muss. Also der nächste Topmann muss jetzt hier gehen. Von PSG, man baut da gehörig um. Und wir wissen es alle noch, damals gab es einen, ja wie soll man sagen, einen Streit zwischen Leonardo, dem Sportdirektor, und Thomas Tuchel. Und Thomas Tuchel musste damals dann gehen, weil er diesen Machtkampf verloren hatte. PSG hat sich für Leonardo entschieden, jetzt feuern sie ihn. Ja, also ganz interessant, obwohl er es ja auch wahrscheinlich mitverhandelt hat, dass Mbappé überhaupt bleibt. Aber Leonardo war sowieso immer wieder umstritten, hat es nicht geschafft, irgendwie eine nachhaltige Transferpolitik zu etablieren. Meistens war es einfach nur ganz viel Geld irgendwie reinhauen, wie man es jetzt aber auch wieder bei Mbappé gemacht hat. Und wenn man sich mal so ein bisschen anschaut, zum Beispiel jetzt Liverpool anguckt. Liverpool war zum Beispiel eine Mannschaft, die die Premier League ja eh geholt hat, was krass ist. Dann auch Champions-League-Sieger geworden ist, jetzt wieder im Champions-League-Finale steht. Und die haben eben nicht diese Wahnsinnssummen ausgegeben, wie zum Beispiel PSG, und spielen deutlich besser, in meinen Augen. Ist ja auch ganz interessant. Und selbst Real Madrid, die natürlich auch viel Geld ausgeben, das will ich auch gar nicht kleinreden, geben immer noch im Vergleich zu PSG nicht so gewaltig viel Geld aus, und spielen deutlich besser. Und es geht eben auch auf diesem Top-Niveau nicht nur um noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld. Da bräuchte man wirklich mal einen guten Sportdirektor und guten Strategen. Angeblich soll man auch Mbappé versprochen haben, dass Zidane kommt. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, Freunde, was wir da noch Neues von PSG erfahren. Eure Meinungen, die Kommentare, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.